hier viel zu lang vielleicht krieg ich so etwas leiser Moment ihr seht hier einen Moment her ... ... ähm jetzt muss ich mal den Ton etwas leiser machen Ihr seht schon, welches Spiel es ist. Joa, es lüht. Und laufen. Die Grafik ist so derbe gerade. Warte gerade nur ein bisschen auf. Das, genau das. Ich habe es mir irgendwie gruseliger vorgestellt. Ist dir jetzt bestimmt gleich so... Loll. Sonic hat auch keine Objekte, oder? Ähm. Ja. Was wollte ich noch mal sagen? Ja, Sonic. Okay. Ja. Ja. Nee. Lass mal. Nein. Okay, jetzt muss ich wehren. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass am Samstag, also heute ist Mittwoch, ich werde versuchen das Video hochzuladen heute auch noch. Auf jeden Fall werde ich versuchen, werde ich glaube ich am Samstag kein Video hochladen können. Jetzt fangen wir anzuholen. Hm, sterbe ich jetzt auch mal? Ah, da ist er ja. Ja. Wow. Ne, lass mal. Hm. Ja. Und wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, habe ich jetzt ein neues. Ja. Habe ich jetzt einen neuen Avatar. Also neues. Blut. Bei Youtube. Ich finde das sieht, äh, deutlich besser aus als das letzte. Und hier ist überall Blut. Oh, da, da war Sonic. Hm. Ja, weil der ist jetzt schon ein bisschen besser als der letzte, finde ich. Found you. 13. Äh. Ich glaube das letzte Bild wird das gruseligste sein an dem Spiel. Ich möchte weg. Ach jetzt, Gott. Kreider auch tot, denn Knuckles. Ach ja, ne, ja. Aber okay. Und... Yeah. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Los, Dr. Eggman. Renn weg. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt am Samstag und, generell dieses Wochenende, glaube ich, kein Video hochladen kann, werde tun. Und der Hintergrund hat sich verändert. Ja. Jo. Oh jo. Oh jo. Ähm. Wuii. Das sieht lustig auf. Ah, ich mach's kacke. Hm. Ja. Ja. Sonst gibt's glaube ich nicht wirklich was zu sagen. Gleich kommt Sonic, würde ich sagen. Ich mach das glaube ich gerade nicht dem Spiel entsprechend. Ich laber nur so vor mich hin. Ich würde das ja eh als so eine Art Infovideo nehmen. Jetzt kommt vielleicht dieses komische Sonic-Bild. Dann sag ich jetzt schon mal, wenn's euch gefallen hat. Wenn's euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und ja, dann würde ich sagen bis zum nächsten Video und tschüss.